Wenn ich mich richtig erinnern könnte, müssten da jetzt Baby-Turfing sein. Ich muss jetzt da eine aktive Schildkröte rausholen. Ja. Hast du sie? Wir haben die Baby-Turtles in den Ocean Relief und jetzt haben wir hier zwei coole Certifikate. Mika und Maya. Wenn ihr in Bali seid, kommt ihr Herzen an der Nähe von den paar